für dunkel oder Wofok Wofok bleibt mir von Anfragen hier schreibt an der Kanzel nicht mal 80 Geräte anmachen tickt schlug man wird mir allein ich mache meine granate wo kommt denn die an sagt ich habe die märz jetzt muss ich noch lernen guter super abdick auf parker auch scheiße ich komme nicht weg Ah, leck mich doch am Arsch, was nie fahrt jetzt, eh. Leck mich. Oh fuck you! Huh. 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 Ich hab die Scheiße überlebt, ich werd, ich werd bekloppt. Ich hab das letzte Mal aus, so ich kann den Trailer-Port für dich. Geht du Arsch? Fick dich doch! Achtung, da kommen sie! Oh fuck! Bleib mir fern! Ah, fick dich doch! Wieso sehe ich nix? Boah, leck mich doch am Arsch. Ich brauch Munition. Ich hab nur noch eine Pistel. Ich hab nur noch eine Pistel. Ich hab nur noch eine Pistel und den den mit. Danke. Ich hab nur noch eine Pistel und den mit. Ich brauch Geld. Du brauchst immer gerne. Oh Gott, ich brauch so viel Geld, oder? ich will mir die Kalaschenkopf kaufen, dann ist das irgendwie besser ich gebe es zurück Das sind die Alkohol. alle die Renten mal ersten Letzter Sekunde los oder anzog toll ich mich noch an ich bin ein Genierloch auch schädig Halleluja auch nicht muss man nachtlich Geräte aus dem Sieg war schlug sie dann Hey, ich seh doch nix, also, was hieß denn du, in dem wir wollen nix? Oh fuck! Ah, scheiße! 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 Oh fuck you! Oh fuck you! Oh fuck you! Oh fuck you! Der hat schon gekommen. Oh fuck, ich bin runtergefallen! Oh scheiße, Alter, wo bin ich denn? Bin ja zu teilen gefangen, Alter! Oh scheiße, Alter, wo bin ich denn? Bin ja zu teilen gefangen, Alter! Oh! Oh, jetzt muss ich nachladen. Oh, jetzt sind wir! Oh, jetzt sind wir! Oh, jetzt sind wir! Ich bin nicht lang drauf gehalten. Nein, ich bin nicht lang drauf. Aus Mick! Alter, da bin ich ja voll alleine los, die Stiefel, also! Boah! auch und wieder auch doch mal nicht sehr schön oder ich könnte heulen jetzt wird sie es kommt die stelle die ich hatte jetzt wird extrem als ich jetzt wird wir hätten echt hier nicht sein sollen aber was wird hier macht er die tübe das hat das wollte gar nicht Eikert Wartupfer was die Waffe ab dem Wettbewerb um Gottes Wettbewerb nicht sind das ist meine ok jetzt wird es jetzt wird es wichtig als ich wenn ich jetzt nicht drauf geht dann bin ich gut die jüngste auch hier auch was hätten ich mein Kind nicht mein Kind der Wegmann Scheiße, Flashpound! Oh, Scheiße! Lass doch mal schnell abrufen! Raus! 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 Hey, nein, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot! Ich bin tot! Oh, fit deutschland, nie! Oh, fickt euch ins Knie, Alter! Wenn der Flashpound nicht gewesen wäre, Alter! Und die hat mich ja voll die Bredouille gebracht, der Flashpound! Die Screamer, die nerven auch extrem! Die Scream the Jauce! denn da nicht jeder die arme aus dann kommt dann zu der master schon in die power zu holen was kann die tür ist gewählt auch fahrt mit grünen ein krimo machte fertig ich bleibe mal bei nicht hier sind gerade spannend ja prima ist da so dunkel kann ich auch nicht abgedacht alle wenn wir bis zum bord kommen dass die map die hat sich bis zum getrennt bei diese enge eng und verwinkelt das ist trotzdem kraft da war munition man macht nicht mitgenommen die jose sparte geld zwei gegen einen loskommt das welt überschaffen weil die gegnerin voller energie munition hat ihnen damit die erde gesehen muss man ja noch mal gucken das sind ja noch gebeten times korea mit die ok xeri kann mit spiel mehr verlaufen ab ich weiß nicht mal ich denke mal dass so ein langsamer typ oder den mensch das was so ein langsamer ganz normaler ist ein Anfänger ist das Anfänger seit denke ich mal keine Ahnung ich hab keine Ahnung oder letzte ich gucke hier auch schon aber dann wird endlich Jo bin ja dabei und wenn das das ist ja die, die ich habe, oder? Ne. Sag die mal ne? Aber ich kaufe die mal. Dafür tue ich die weg. Verkaufen.